willkommen zurück bei father and son play for fun na klar erst mal streicheln wir den hund so ist das schon mal erledigt und dann schauen wir erst mal heute samstag was liegt da überhaupt an höchste freundseligkeit vermieden das soll ich schaffen zwei ochsen heute ein paar pflänzchen sammeln ihr schatzkarte oder schätze gefunden süßigkeiten essen tonicum hergestellt der ungeliebte kopfgeldjäger gesuchte und was mit bolas zufolge gebracht und spieler kopfgeld kassiert kleine tierkadaverspenden perfekte tierkadaverspenden und eine versorgungsmission unter fünf minuten schnäpschen trinken gegenstand mit spaten finden verlorenen schmuck gefunden und beim schwarz barrenner ist dann mit dem wagen zurückgelegt eine spezialsorte hergestellt und mindestens 200 tacken verdient die ihre betäuben legendäre tiere fotografiert zähigkeitstoniker ok dann schauen wir doch erst mal hat er genug zu tun hat er dann meine lieferung ab tja da hinten ist der erste kandidat für bolas würde ich sagen jetzt checken wir aber mal eben auf die schnelle ob hier zufällig was ist nein ich nehme man in der spiel scheint ja keine rolle zu spielen so knarre raus und dann hauen wir mal direkt rein hier dass ich nicht den falschen weg löte da habe ich wohl nicht getroffen was jetzt ist die bola weg ja und wieder richtig geld versenkt ich meine die bola findet man hier noch nie wieder oder leben nicht und die sind glaube ich richtig teuer wenn wir mal hier in die richtung war das glaube ich im leben finde ich die nicht wieder das taschenhörnchen nehmen wir noch mit ja komm wo ist es ja ihr merkt es ist samstagmorgen ich bin noch nicht ganz wach sag mal was hat denn hier für ausdrücke drauf hier ist heute auch nichts auszubuddeln mann 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 dann bringen wir die erst mal weg und düsen dann gleich mal eben in die kalte ecke für das zähigkeitstonic rum mit ein bisschen glück haben wir hier gleich wieder einen schatzsucher oder eine schatzsucherin dann hätten wir das auch schon erledigt aber nix zu reißen heute hier schade schade nix zu reißen heute Es ist doch nicht. Sehr gut. Aber... Irgendwas vibriert hier. da haben wir schon mal eine karte hier ist aber immer noch was dann vermute ich im hotel hier ist nix dann ist es oben hier nicht dann hier und meist das glaube ich hier in der truhe spring rüber hier auch erledigt drei grad wieso friert er nicht einmal da oben hinschielen da ist heute nix und dann ab in die kalte ecke so wie kalt ist das hier minus 14 und erfriert er schon quatsch ihr merkt ich bin noch nicht ganz wach heute da ist es ich wollte gerade sagen warum klappt das nicht so dann war glaube ich schnapsfläschchen trinken sammler an dicke schnapsflasche ausgetrunken sollten wir genug von haben dann checken wir hier die üblichen stellen hier ist aber was ist das hier oder hier ja gut nehmen wir mit da sagen wir ja nie nein hier ist auch noch ein gärtchen so dann sollten wir auch ein tonicum herstellen süßigkeiten dessen tonicum herstellen betäubte tiere klinger die tierfotografie ok dann checken wir erstmal ob wir überhaupt eine ladung schwarz gebrannten angeschmissen haben denn das braucht ja alles seine zeit oh die schwarzbrennerei ist nicht da ja gut dann ab nach Hause dann reisen wir in etappen oder auch nicht knapp hier so ein tonicum was gibt's denn hier wichtiges so das sieht doch gut aus einlagern fertig und jetzt geht's zur schwarzbrennerei so da haben wir direkt was zum ausbuddeln und ich habe ja noch eine karte offen vogeleier dann werden wir die gleich abgrasen jetzt haben wir uns aber nochmal eben richtig war da mal ein räumen wir eben da unten die straßensperre ab denn sollte ich keinen schwarz gebrannten angeschmissen haben gibt's ja ein bisschen rabatt ja läuft läuft nicht so gut ne aber wie gesagt es ist früh am morgen und manchmal ist ja auch nicht wichtig wie man's macht ne sondern nur dass man's macht da sind noch ein paar da haben sie mich die jungs hier so zwei stück noch irgendwie sind die jungs gibt's ja nicht ich habe jetzt hier auch wirklich keinen bock hier abzunippeln hat ein bisschen länger gedauert aber dann haben wir das auch schon mal erledigt für heute keine schnapps bullen dabei das gibt's doch nicht so gar nix nö anscheinend haben die nix so was wächst hier haben wir schon ja dann dann wollen wir mal nö auf solche missionen habe ich erstmal keinen bock und da seht das wir haben gar nix im kessel hier jetzt 30 dollar statt 50 was haben wir hier ja komm ja da ist schon wieder schämung wie man hört so dann holen wir uns mal eben die vogeleier ja und dann öffnen wir die nächste landkarte na komm gib Gas her das ist auch ein bisschen schlechte sicht hier mitten in der nacht ich beeile mich natürlich trotzdem aber wo wir gerade hier sind und checken wir mal eben und checken wir mal eben diese ecke hier w� wo ist er wo ist er der will aber gar nicht abnippeln was das lassen wir jetzt aber hier es gibt zwar nicht gar nichts zum einsammeln und wenn ich das einmal näher zeug ja ja wo wir gerade hier sind haben wir schon mal viel viel uns ja nur noch ein pflänzchen hier möhre in sehen aber kein sammlerstück hier heute dafür gibt es auch gold wir wollen uns nicht beschweren da unten ist doch manchmal auch was zum ausbuddeln aber nicht mal das heute hier gar nichts so sagen wir mal ein paar johannes bären ein schaden so wie komme ich denn jetzt hier unten sind sie aber wie komme ich runter ohne mich derbe zu maulen hier an die dritte gerade schon gesehen oder war da nur der wunsch der vater da sind sie so dann checken wir mal eben wo sie madame bin ich denn hier da ist so dann können wir eine landkarte aufmachen für verlorenen da machen wir uns mal heute ein bisschen einfacher das habe ich nicht gesehen anscheinend ja gut dann ist das o was haben wir da da seht ihr einen weißen punkt da sind wir mal nicht so oder ja komm gibt die kohle und mal wieder geholfen und zehn dollar ich hatte gehofft dass es sich um einen stadt suche handelt dann hätten wir die nummer auch erledigt aber nun gut dann holen wir uns jetzt erst den schmuck ach so und da soll ich hochkommen was ist das für eine quatsch ich mich selbst auf der karte orientieren da muss man in achsel doch jetzt hier nicht mit dem okko hier meine güte aber wieso habe ich das vorhin nicht gemerkt ach weil das hier auch mit dem detektor ist na ja klar den nehme ich ja hier so selten raus und dann holen wir uns ich denke das hier oder kann man da eine schnelle reise hin machen sehr schön dollar oder setting genau ich hab da wieder nicht drauf geachtet okay nee das machen wir nicht da wollen wir mal das ist ja nicht so weit ist das hier am baum jawohl sag ich nochmal eben genau hier so was fehlt uns jetzt insgesamt noch also sechs dinge tieren beträumen kann man schaffen das läuft ja quasi kohle verdienen sammler sind wir durch händler kleine tierkadaver perfekte tierkadaver und eine versorgungsmission und hier könnten wir ja gleich glück haben ja dann spenden wir doch erstmal am lager ja ich nicht irgendwie zehn so nochmal im streicheln oh da haben wir die nächsten kandidaten für bolas da ist aber mal eben was gescheites vorher ja 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 ein bisschen abstand zu haben wir das auch schon mal erledigt eben jetzt aber nicht ab sondern suchen uns mal lieber perfekte tierkadaver ging ja nur darum die herausforderung zu lösen ein elch den können wir ja mal betäuben wenn ich ganz so oft zu gesicht noch ja ja so ein perfekter druck an oder so ja wir haben zeit dann nicht irgendwas kleines hier perfekter hase truthan egal ist nicht perfekt kann aber beim spenden perfekt werden ja Ich muss jetzt hier irgendwann mal liegen bleiben hier. Und schnell wieder beleben. Jetzt noch irgendetwas Perfektes hier. Fangen die Zielpersonen ein, machen wir nicht, ignorieren wir. Zielperson ist entkommen, aber spielt ja keine Rolle. So, da seht ihr das zweitperfekte Tierkadaver gespendet. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Also, ganz so viel liegt ja nicht mehr an drei Dinge noch. Das heißt, da muss man im Prinzip nur drauf warten. Ja, hier müssen wir auch warten beim Händler. Da müssen wir auch warten. Und hier haben wir das erledigt, den Rest machen wir aber nicht. Und weil heute Samstag ist, gibt es zwei Teile. Ich muss jetzt noch ein paar andere Dinge erledigen im Haushalt. Ich kann das dann schon mal hochladen. Und der zweite Teil kommt ein bisschen später. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun. Bei Father and Son. Bei... Zugang... ... ... ... ...